1 2 3 4 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 11 11 12 10 12 12 13 15 15 16 17 17 18 19 19 19 20 21 20 20 20 aber er müsste jetzt gleich in den nächsten vier schüssen tot sein muni warte ich schieße jetzt leer die scavenger he ist tot so wunderbar für digi 2 und wie man sehen kann habe ich einen free perk bekommen wohnen glück bekam glück ich habe damit bekommen ich habe keine dritte waffe weil ich es nicht brauche auch nicht das stört richtig ich habe voll spaß mit dr nitte nicht alles klar ist bewiesen ich habe es noch nicht gewusst dass man wenn man dr nitte hat dass man kein elektro schaden bekommt von der dg2 wusste ich noch nicht was der george respawn gerade schon heftiger macker auf jeden fall ja george ist gerade respawn habe ich gerade gehört glaube ich ich sehe nichts die die dg2 also man bekommt man bekommt ja auch money dazu wenn man money ja das ist noch nicht viele leute ich lasse ich immer so ein schuss drin dann der andere punkte macht ich meine ja money macht lauf du mal da oben ich bleibe hier oben stehen woher wie ich da durchgekommen bin alter verwalter keinen einzigen schlag bekommen noch heftiger ach komm ich schieße die scheiße leer ich mag die gar nicht das war black ops 2 nicht so geile wunderwaffen oder ein ja bei origins sind sie bei origins die stäbe gut ja sind zum runden zocken aber irgendwie sind sie ja bisschen übertrieben dass man ja generale ich stebe in thon mit modus das sind generell komisch WRUNER NICHEEN packpunch wo da hinten Ah, schau ich nicht. Was ist denn heute mit Teamspeak los? Der timet ganz aus, der Junge. Richtig komisch. Ich... Äh, mich regt das so auf. Ah, was willst du machen, ne? Oh, was ich heute alles überlebe, ey. Äh... Liegt da? Moni! Oh, warte Kann ich's nehmen von mir aus? Punch die ja gleich eh die... Scavenger Da hab ich gleich eine Q Äh, nicht weil sie dann stärker ist, weil sie sich einfach ein neues Land wird Ja, mit Schalldämpfer Ja, richtig, geil Schon wieder k***er droht hier Ich schieß mal ein paar Schuss von der Musa und Sally, da ist er tot Komm, ich nehm ihn umso lange Bei Dr. Nita kann man ja ne Granate gezogen, also in der Hand halten, oder? Ja, ja, klar Ich schieß mal mit Dr. äh, mit Musa und Sally auf den Wo? Auf George Mann, der fliegt raus Der arme, alter Oh mio Höhöhöhöhöhöeh Höhöhöhöhöhö Marco, schieß mal auf, auf George, da muss doch mal ein Sally Ja, nimm Zombie Ja, schieß den Toten, Zombie, ist nicht schlimm ... Weitra, du bis der stirbt Der hat nicht mehr viel zu leben Okay, raus. Anscheinend doch, okay. Ich geh schnell Pack Punchen, ja? Was halt denn noch alle? Ja, ich hab nur noch Akku. Pack Punch jetzt. Töten. Hoffentlich hab ich das noch, nicht dass es gleich weg geht. Ja klar, kannst töten doch. So, jetzt hab ich auch die V11 gepuncht. Das heißt, jetzt kann richtig die Bar abgehen. Die Tarnung gefällt mir so geil, so sehr, Mann. Von der Scavenger, wenn die gepuncht ist. Gell, stimmt. Ich hab die Black Ops 1, Punch, Tarnung, finde ich geiler. Wow, 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 wow. Das ist ein Schuss. Ich hab die Meldung. Das ist ein Schuss. Wah, wow, wow, wow. Sie ist in Kran. Ja. Komm raus hier. Draußen. Nice. Also jetzt hab ich sechs Perks so hoch, ne? Ja, vier. Hä, bist du gestorben? Ne, ich hab mir nur zwei Perks gekauft. Ach so. Ja. Egal. Doch ein Dragon Dr. Neat ist wichtig. So. Schießt die Scheiße mal hier eben leer. Kein Bock auf die. Nächstes Mal kannst du die haben von mir aus. Brauch ich auch nicht. Ja, lass mich. Ich wollte, äh, weil, ja, ich. Aber würde wahrscheinlich etwas droppen. Oder einen überlassen, wenn er ist, dann kann ich mir Akku punchen. Ne, punch die noch nicht, wegen der Taktik gleich, wenn ich dich anschieße. Boah, wie verschwenderlich ich mit Ammonium gehe. Okay. Naja. Komm her. Bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Jetzt kannst du insta töten. Hau alles weg. Hau alles weg. Aber wie man sehen kann, der haut jetzt alles insta weg, egal was ihm im Weg kommt. Ich leider nicht, weil ich ja der Träger der Waffe bin. Aber, ihr müsst euch mal meine Punkte angucken. Ich mache gar nichts um die Fahne Punkte, weil, ja, Marco halt, schon missfiltet. Also, das ist so richtig geil aufgebaut, dass man hier ein Teamplay braucht. Und, ja, ist auch geil. Ich muss auch die Sicht von mir aufnehmen, wenn es wirklich wäre. Das einblenden, vielleicht witz, wie das aussieht. Boah, könnte ich vielleicht noch machen. Muss man aber nicht unbedingt machen. So, dann muss ich dann Hauptböge Capture starten. Ah ne, lass mal lieber rein, ob es erstarrt muss und sowas. Ich muss das Video ja schon morgen rausbringen. Damit du das noch hochlegst und sowas, das wird noch dauern. Ich glaube, mit meiner Upload. Ja, hör mal, du bist ja immer noch drin. Geil, ne? Einfach, dass du insatz bist. Ja, richtig geil. Könnte ich ja immer spielen. Mhm. Ich liebe es bei Black Ops 1 Muni kaufen. Auch immer. Oh, wie der Zombie noch hochgeflogen ist. Voll die Schallwelle. Ey. Batz, batz. Ah, jetzt bin ich wieder draußen. Ah, richtige Sichtumgewöhnung. Haha. Ja, gleich wenn Muni liegt, dann schieße ich dich wieder an. So lange kannst du dich bei mir reinschießen, ich hab nur Akku. Ooh. Voll.